Im Zuge des Dachausbaus habe ich auch eine neue Dusche aufgebaut. Da wir keine Ersatzfliesen mehr hatten und ich die Wasserleitung verlegen musste, kam mir die Idee, fertige Duschwände einzusetzen. Es gibt sie in allen möglichen Variationen. Die Duschwanne kommt auf einen Boresta-Träger. Ich habe ihn noch mal verstärkt, indem ich die Hohlräume noch mal mit Boresta aufgefüllt habe. Duschwanne ist gesetzt. Die Wasserleitung musste ich so verlegen, dass es mit der Höhe für ein Duschpenel passt. Die erste Duschwand ist gesetzt. Mein Sohn hatte sich für dieses Muster entschieden. Die Wände werden mit einem Spezialkleber angeklebt. Hier habe ich den Boresta-Träger noch mal mit Fliesenkleber genau nach Waage ausgerichtet. Nun werden die Seitenwände von der Duschkabine montiert. Schön stelle halten. Wir machen jetzt deinen Boresta-Träger. Dann sehen wir euch schon ein wenig, dann probieren wir uns das. Das ist es hier. Wir machen die Tutorial-Träger. Dann gibt es ein wenig, sondern wir machen. Böcher sind besagt. Wizen haben wir ungefähr noch mal mit Lamberta-Träger. Wir machen die Boresta-Trägerin. Wir machen die Zeit werden. Wir machen das bis zum ersten cinematic. Wie viele Dübeler sind schon eingesetzt, wenn sie gefehlt haben, wenn sie gefehlt haben. Dann muss man noch mal bohren, wenn man zu weit rüber kann. Die Dusche ist soweit fertig, müssen nur noch ein paar Fliesen an dem Sockel gelegt werden. Das Duschpedel ist auch montiert mit Regendusche und verschiedenen Düsen. Das Video ist für eine kleine Anregung gedacht. Falls jemand mal eine neue Dusche machen will und vielleicht das gleiche Problem hat und die Leitung neu verlegen muss. Hiermit bedanke ich mich für euren Aufruf. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.